Hallo, mein Name ist David Barangarello, oder es ist Aschlinglich, oder Monika, oder Leslie. Es ist klassifiziert. Ich habe 16 Jahre alt, oder 60 Jahre alt, ich weiß es nicht. Ich habe 2. Arben und schwarze Haare. Ich bin 180 cm groß und ich bin ein glücklicher Mann. Ich kann nicht eine tscharische Frau haben, nein, 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 das ist nicht gut für mich. Ich mag nach den Weltreisen. Ich bin nach Deutschland und Österreich und Schweiz und Mexiko, USA, Kanada, Panama gereist. Und ich liebe alles. Ich mag mit viele Leuten sprechen. Ich mag mit viele Leuten in deiner Sprache sprechen. Ich könnte Deutsch und Englisch und Spanisch und Französisch sprechen. Und ich liebe, ich liebe all die Sprache. Ich mag, weil ich bin ein abenteuerlicher Mann. Ich kann nicht habe ein langweiliger Frauen. Nein, 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 das ist nicht gut. Ich mag, ich mag eine kluge und schlaue Frauen. Meine Nummer ist 512-000-9293. Dankeschön. Ich magnie neu luzere dich um Schöner zu vermeiden. Ja. Wenn mit einem girls 50er truck durchlebt auch auf ...